Hallo und herzlich willkommen zurück zu Terrorizing mit dem Andy, grüß dich. Na hallo, servus. Servus. Ich glaube, ich sollte dich mal auch in die Gruppe einladen, das wäre vielleicht gar nicht mal so blöd. Ja, das wäre super freundlich von dir. Ja. Gut, dann müssen wir hier noch eine Quest machen und zwar Abgesandte der Feen. Das machen wir jetzt, dann müssen wir nämlich eine Instanz machen, das haben wir noch nicht gemacht. Und dann können wir wieder zurück zu Holzhausen zum Darben und uns bei ihm melden. Ja, ja. Hast du eh nichts dagegen, oder? Nö. Weil sonst kicke ich dich raus. Hey, Batschaub, ich sag, ey, weißt du, neulich eine Frau, weißt du, die hat da so gelabert, sie laut jemanden kicken, da, weißt du, und da, und dann machen. Ich sag, hey, Batschaub, mach dir Watsch im Gesicht, ey, dann weißt du, ey, dann hat dich auf die Bahn geschlagen, ey. Hast du voll in Gott geschlagen, Frau, oder? War ja voll durchgeschlagen, Alter. Ja, ist gut, weil sie wollten. Die Nasche kommt vom Blut von überall, weißt du. Ja, schon ist richtig, weißt du, weil sie wollte Gleichberechtigung, weißt du, Frau will Gleichberechtigung, also muss auch gleich in die Fresse bekommen wie Mann, oder? Ja, sowieso. Ja. So, wir müssen mit Limei-Läden, wo ist ein Limei, da ist ein Limei, ist das nicht Asiatin, hallo? Ja, aber die hat nur eine Wiederholungsquest, Mann. Nein, die hier, die Limei. Die hat gar keine Quest. Teleportieren lassen. Achso. Mhm. Zum Waldland-Pfad. Das ist nämlich so eine kleine, ja, so eine kleine Quest halt eben, die wir noch nicht gemacht haben davor, jetzt machen wir sie aber. Ach, wie schön der Ladebildschirm, guck mal. Ja, da gibt es übrigens eine Challenge, dass man einen eigenen machen kann. Ja, wo sind wir jetzt, Mann? Jetzt sind wir hier auf diesem Pfad, das ist eine Instanz, wo wir müssen die jetzt hier begleiten und unterwegs die ganzen Viecher töten. Also eine tatsächliche Instanz, oder wie? Nee, eigentlich nicht. Ja, schon eine Instanz, aber halt nicht so wirklich pflichtigmäßig mit Bossen und so, wir müssen sie halt nur eskortieren. Okay. Ja. Ja, dann ist ja keine Dungeon, Mann. Nee. Warte, ich könnte das Spiel auch noch ein bisschen lauter machen, merke ich gerade. Da haben wir so 40, so. Wird schon passen vom Sound her. Komm jetzt mal, du. Ah, es geht ja schon los, es geht ja schon los, wir müssen da alles frei machen. Die Zeit läuft schon. Das ist so eine Zeit, Mann. Jetzt ist wieder zu laut, ich werde es dann doch wieder 30 machen. Warte, kämpf du dabei. Scheiß Soundmanager hier, hey. So, jetzt passt es aber. Du brauchst nicht meinen eigenen Soundmanager oder sowas. Ja, wir möchten, dass der Kampf so laut ist, weißt du, weil das ganze Gestein muss man ja nicht haben und das ganze Gebumse hier. Wichtig ist hier, dass man halt viel von uns hört, dass wir labern hier. Nee, aber uns interessiert keiner, weil wir gespielt sind. Boah, wo schieße ich mit der Bombe hin, Mann. Das wäre ein übler Apec-Feld gerade. Alter, hilf mir ein bisschen. Ja, ja, ich komme schon. Guck mal, ich habe... Ich tu locke schon alle an, hey. Aber so ist ja gut, mit deiner Bombe kann man die schon wegrotzen. Ja eben, deswegen locke ich die ja auch an. Sehr nice. So, dann brauchen wir es hier wieder mit Zentauren zu tun. Mit den Mega-Mega-Mega-Schwänzen. Die haben 40 Zentimeter. Aber nicht in die Hose, sondern frei rumhängen, ne? Aber die haben keine Hose an. Ja, Hose für Vierbeiner gibt es noch nicht in dieser Zeit. Ne. Und wenn, dann auch beim Aldi. Ne. Die hauen aber ganz schön rein. Da muss ich schon ein bisschen aufpassen, dass ich nicht auf die Borsche kriege, weißt? Ja, dann ist es gut. Wenn du zu viel auf die Borsche kriegst, dann ist es scheiße. Ich lasse mich nur gerne von hinten penetrieren, von dir. Nicht von den Viechern. Na, du darfst hinten rein. So. Wow. Ja, dann guck mal mein Leben, dann weißt du was. Oh, oh, oh. Ja, ich bin ja auch gut ausgewichen, aber trotzdem. Es war knapp gerade. So, haben wir mit der anderen Verband reingehauen. Dann geht das schon. Ach, jo. Wir haben auch übrigens eine Zeit, ne? Also müssen wir schnell sein. Ja, rechts läuft die Zeit, vier Minuten. Wenn wir es in der Zeit nicht schaffen, müssen wir alles nochmal. Boah, ist ja voll. Das ist ja, das ist ja gringlich. Alter. Ja, nicht weglaufen, draufhauen. Ja. Ich muss erst... Ja, jetzt doch. Ich muss einen gewissen Abstand finden, sonst kann ich nicht draufhauen. Ja. Mach schon close quarter, mage. ja die fressen schon mehr damage die halten nicht so viel aus die sind eigentlich relativ leicht zum weg rotzen wie man hier merkt wo sehe ich die zeit rechts bei der quest drei minuten haben wir noch keine problem die zwei alte pro naja pro kann man mich nicht nennen in dem spiel ja aber generell pro naja es geht hab schon schlecht gesehen also von dem her naja schlechter geht immer dann den können wir doch vorbeilaufen oder nicht ja aber die scheiß fehl geht immer den weg in der mitte also müssen wir allerdings von rechts weg rotzen weil ich mir die blöde sau die muss ach hör auf guck mal die habe ich nicht coolen wollen aber die die video egal hat drauf neu gewöck von mir verlangsamt oh ich bekomme auf die fleißen meine hilfe ja ja komm schon warte mal kurz mal wir müssen uns mal kurz hochheilen hier ja aber die zeit ja wenigstens drang schlucken oder so haben wir verband reingehauen die sind ein bisschen bisschen heftiger die sind orange naja liegt aber am level dass die einfach heftiger sind so mal schauen ob die jetzt da vorbei kann oder naja voll verfehlt man warte 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 mit in jedem weg kann nur da welche wer die kleine himme angreift ja die kann man weg rotzen wird sicher angegriffen so müssen wir eigentlich nur noch über diese brücke hier dann haben wir es geschafft jawohl warte kurz ich muss hier mal kurz zwei fähigkeiten vertauschen ja so ist besser fertig jetzt können wir uns hier raus porten jawohl was übt das jetzt 1000 mal ne brauch ich nicht hat ein cooles kleid will auch so ein kleid doch mal was schwuleres habe ich noch nicht gesagt war meine linke hand tut voll weh mann bisschen links wichser ne eigentlich ein rechts wichser keine ahnung woher das kommt boah guck mal ein band geil guck mal ein band haben wir bekommen was haben wir bekommen ein band was ist ein band hier guck ein ring achso wieso band ja es heißt so irgendwas mit band hat das ein name ah ok hab es genommen so dann können wir die schriftrolle eigentlich benutzen lieber haben da zum sicheren ort teleportieren dann gehen wir zu holzhausen denn dort müssen wir mit darwin sprechen ja in den tag rum wir sagen wir sind mit dem tag rum oder was ich kann dir nicht sehen aber ich kann dich fühlen mein schatz ach ja aber schon das für eckiges zeug ach da hast recht da sind wir definitiv näher am fragezeichen oh ja so ich werde jetzt aber vorher mit dem lahmen geh erstmal verkaufen gehen weil mein ganzes inventar ist komplett voll na mach ich auch dann werden wir zu dieser tussi hier verkaufen oder zu dem typen da das ist so du 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 gleich verkaufen wir mal ah ja wenn rote steinchen bekommst behalten die kann man nämlich reinhauen dass man stärker wird schriftrolle der wiederbelebung behalten wir auch so mystiker und kein mystiker so dann bin ich gleich wieder mal leer was hast du schon leer gespritzt ja so was haben wir denn da haben wir eine waffenkiste für stufe 16 oder höher aha da gibt es jetzt also auch belohnungen sehr schön dann haben wir hier noch versorgungsgüter für die forderation alter auch ich habe jetzt man ich habe ich in tanker benutzt was mir ep mehr gibt ok dann müssen wir uns beeilen gib gas warte mal ich habe voll fail gebaut warte wieso ja was hast du denn für ein fail gemacht boah scheiß man aufs ogen ist das voll krass scheiße grad oh da hat ein quest kannst du dann annehmen und auch die rote holzhausen auf jetzt geht's auf in die wälder ja chill mal dein leben ich muss hier kurz nur chill dein leben mein ganzes leben ist gechillt alter mein ganzes leben ist gechillt wegen so schnell ich kann es wir sind solche idioten eh ja aber auf sowas von so ich bin hier bisschen konzentriert aber nur ein bisschen weißt du ich muss ja auch ich muss ja aufpassen und so wenn du rote steinchen hast die kann man dann verwenden damit zu stärker werden rote steinchen die kann man dann später auch sind steinrunnen sinnvoll oder kann ich die verkaufen steinrunnen was für steinrunnen charas steinrunnen sind das die grauen ja die kannst du weghauen behalte nur rote dinge rote steinchen wo symbole drauf sind das ist das macht dich dann stärker kann man dann reinhauen hast du da platz weist auf der seite okay talisman der abschreckung auch nicht sinnvoll oder ne du hast kein leben in dir kommen wir mal zu weit da auch meine tippen sind so geil ah wie meine tippen geil sind ah ja schöne tippen wirklich schön so wir schauen uns so lange die tippen an bis der andy fertig ist ja ich weiß zieht sich ein bisschen aber man muss ja schon achten was man verkauft und nicht einfach alles reinklatschen und dann hast du am endeffekt wertvolle dinge verkauft egal meine zuschauer sind aber ein bisschen tippen ja eh dennis auspacken und wichsen ist das freilste was ich hab das nicht gesagt ne ne würdest du ja nie machen bei dem spiel ne ne so du weißt doch dass wir jugend zuschauer haben so das kannst du dann nicht machen ja eh so moment ah cola zero ist so geil echter geschmack zero zucker oh yeah wobei ich es nicht so gerne trinke es geht eigentlich auch nicht aber mal zur abwechslung hab jetzt monatelang nur mineralwasser getrunken jetzt brauche ich wieder mal was mit geschmack und dann wechsle wieder ein paar monate so ich bin fertig kein los jawohl äh geh nochmal kurz zu darwin da gibt es zwei quests zum annehmen und wenn du dann die hast dann geh mal weiter wa alter klick den doch an geht doch titen titen alarm die auf der tafel mensch die soll ich annehmen ne nur vom darwin ja der hat eine quest jetzt gehabt für mich nicht zwei ja eine gelbe und eine rote ne eine gelbe nur ja und einmal die rote ja eine gelbe und eine rote haben wir jetzt da ja meine ich ja eine zum abgeben und eine zum machen genau da steht es sucht laton östlich der pegasus plattform auf genau ja passt doch alles da komm aufstatt der der panzer und äh der kampf um den blutpfad ja komm aber wieso nimmst du nicht die hintere tafel quest nicht an mann brauche nix das ist alles ein bäh mann alles ein bäh weich komm schon mal und halte ich aus da ja das ist so geil wir können uns gegenseitig anmaulen und wissen dass es Spaß ist andere maulen alles vollkommen ernst das ist ja ja voll guck mal da sind Andys Stiere jetzt wirklich immer auch danach seinen penis zu massieren das ist voll schlimm mal guck wie süß die sind mei und hundis schau mal hundis was hundis schau mal die sind aber richtig lieb du ja mein hund schaut auch so aus weiß braun so weiter geht's Drecksviecher Moment musst du mich kurz muten jo weil ich bin so extrem erkält dann muss ich ab und zu voll husten ja sonst hustt auch immer ab und zu nein macht nix alles live ne 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 spuck ich immer mikro voll geht gar nicht naja ein bisschen spuck ist gut für die ölung man ne boah du Drecksauf für was kannst du dich muten man der war spontan ja man kann sich auch spontan muten so da sind wir jetzt hier in einem wunderschönen Wald unterwegs boah hier questmetz man ja hier gibt es auch übrigens dann eine Instanz wenn wir dann Level 20 sind wenn wir dann machen so alles wieder annehmen wie gewohnt boah dein internet bricht grad aber übelst ein man echt ne aber extrem ja es dauert bestimmt ein bisschen dann gehts wieder vorbei ja es geht wieder so dann haben wir alles angenommen auf jede Menge Quests oh ja ähm Banditenversteck so machen wir mal eine Handelswahn schauen wir mal wo die sind mhm Handelswahn ich glaube die sind da oben ja die sind da oben ja die sind da oben aber gehen wir doch mal kurz darüber ob wir da vielleicht die töten müssen aber ne müssen wir nicht folge dir unauffällig jo folge mir unauffällig wir müssen hier rechts rauf da sind auch schon die ersten Viecher zum killen aber ich bin von der Welt einfach immer wieder geflasht man die sind einfach geil gell aber warum killst du jetzt die? die sind ja für die Quests ah ja aber bei mir werden die gar nicht angezeigt man ne bei mir schon aber die zählen auch für mich zählen auch für mich zählen auch für mich dann passt ja nicht jeder hat jetzt gezählt nur ein einziger ja wahrscheinlich stoppen die was da müssen wir ja Schwanzfedern wir müssen Schwanzfedern von denen holen was ich muss den Schwanz ausreißen ja Schwanz ausreißen aber ein paar haben so einen kleinen dass das gar nicht geht ja das ist es ja wir haben alle einen Mikropenis ja guck hier gibt es auch noch Fässer die müssen wir auch holen glaube ich also Fässer meine ich Kisten ne die sind es nicht die sind woanders die sind hier irgendwo boah alter der war aber nicht spontan ich habe richtig gesehen wie du es noch angesetzt hast ah wie sie mittlerweile wurscht für die für die zwei drei Zuschauer die es sehen muss ich mich nicht extra muten doch doch sind alles Respektpersonen man ja voll bam alter wie geil die das castet man das musst du mal gucken voll geil boah shit habe ich jetzt Damage gemacht ich sehe wie die mich gleich angegangen ist hast du schon reingehauen man warte mal wo sind jetzt die Handelswaren Banditen versteckt ist doch wurscht lass erstmal die umbringen oder die müssen wir ja nicht umbringen aber hier irgendwo gibt es hier irgendwo oh da guck mal da ist ein Haar da den hauen wir in die Fresse komm warte warte mich geht einer an warte bevor du den angreifst ok der wargrauen hast mich voll angegriffen boah die halten aber einiges aus man ja bei mir hauen auch gut drauf so folge mir unauffällig ohne zu hauen ich gucke nämlich ob das überhaupt hier ist ja aber wollten wir doch nicht den rahmob grad auf die Fresse hauen da ist eine Truhe die sind hier ne das ist kein rahmob der ist einfach nur ein bisschen stärker aber so aggro wie im ww sind jetzt nicht im ww ist die range krasser das ist später dann noch das ist jetzt hier noch ein bisschen aber so aber dann später sind sie dann noch härter ja so hier sind die Händlertruhen die brauchen wir guck die greifen jetzt auch an also die sind schon schon schön aggro also ja guck und der looted und lasst mich hier hinein campen so ne dreck saue und dann lacht er auch noch so dreckig du liebst es doch nicht dreckig lach man guck mal wie er direkt zum loot läuft ja ich mach so wie du hast du davon Achtung der Fette will dir in den Arzt oh yeah alter pass auf du bist gleich tot ne ne ich weich hier aus wie ein gott wie ein gott boah wie ich einfach nur verfehlt hab grad wow 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 da bin ich jetzt knapp vorbei das war alter jetzt reicht mir von hinten noch so ne pussy an auch so ein großer guck mal wenn du dich alles anlegst man da steht auf mich oh ja gut dann können wir hier weiter gucken dass wir noch ein paar kisten finden wir brauchen ja ja zwölf insgesamt brauchen wir aber du brauchst auch welche aber warte noch ganz kurz mein leben stell mir mal ein lagerfeuch hin ich hab hier drei so können wir uns ein bisschen aufwärmen hier ah das fühlts aha hab ich das auch in mir eventuell muss grad mal gucken ja hab ich eins ja ist cool für zwischendurch ein bisschen pause machen und dann ein bisschen noch wiederholen äh die p erholen na die bin ich schwanz im mund die lp erholen da dauert aber ein bisschen aber ist ja wurscht wir könnten ja wir könnten ja derweil tanzen so mhm hey wie tanzt man man slash tanzen haha geht deins auch keine ahnung mach tanzen einfach rein ne deins geht nicht ok tanzen oh ja oh da brennt das röckchen hehehe 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 hey schau schon aber auch sexy aus was macht deine für komische Geräusche immer beim tanzen wie beim sex hehehe 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 du kannst das voll geil hehehe 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 so geil hehehe hehehe ja wenn man 10 Stunden am Tag Asiapornos guckt dann kann man das halt irgendwann mal ich finde das immer so lustig hier mir tun die Frauen irgendwie leid immer als würde man sie vergewaltigen aber sie stehen drauf aber meine tanzt auch sexy finde ich ja so wir können weiter jo äh und der Große der mochte das durch die Tanzanlage nicht gefallen ne guck mal da drin sind zwei fette alter oh guck mal wir haben das aber auch klug gemacht mit der Entschlossenheit früher konnte man ausweichen soviel man will jetzt muss man ein bisschen reinhauen zwischendurch oh guck mal dunkle mait und tubernus versuch mal die dunkle mait irgendwie anzulocken mit so einer kugel mal gucken ob nur dir kommt okay die zwei fetten oh okay es kommen drei ne zwei kommen ja zwei kommen ja können wir schon packen oder ja ja locker guck mal wow wie wir die weggerotzt haben man das hast du jetzt gesehen alter wie wir die weggerotzt haben oh ja so wir müssen weiter solche Händerkisten uns besorgen laufen wir aber nicht einfach durch ja die sind voll zäh zu finden jetzt wenige hier ja hier gibt es keine mehr dann schauen wir mal weiter da oben gibt es ja noch der gibt es ja noch ein riesengroßes Lager boah alter du lockst grad übelst viele an ich weiß aber ich lauf ja auch weg ich lauf ja durch so hier sind noch ein paar kleine hier nehmen wir mit unterwegs ja aber 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 und so guck mal was da kommt man Alter oh die sollten aber langsam mal zurücksetzen setzt zurück ihr Schweine wir wissen ja dass wir geil sind aber Alter wo wir die da sind man setzen die ab ob's fährt man ah ne geht gar nicht kann man gar nicht benutzen jetzt haut ab jetzt sind sie weg boah die folgen einem aber in Ordnung alt man schon wieder sorry das ist wegen der Cola boah ich möchte auch Cola hab ich Gooster bekommen hehehe jawohl hab von den kleinen alle sehr schön komm dich machen wir mit obwohl du kein ich weiß nicht ob du bist da bist du wirst Achtung hinter dir Hilfe ja 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 geht gut ab man ja wir schnitzen uns doch schön durch mal gucken Popori kleiner dicker ist denn so süß ja jawohl gut wo haben wir denn hier noch ein Lägerchen hier links haben wir noch im Lager dann schauen wir mal hier durch ob wir hier auch noch ein paar Händler zu finden und da habe ich schon die erste hehehe für mich warte mach mit vielleicht können wir das gemeinsam machen komm mal vielleicht können wir das gemeinsam auf 3 warte vielleicht jetzt für beide warte ich glaube jetzt greift uns zwei hin an ok 3 2 3 ja geht ja aber ich glaube einer ist erster fertig und dann ja und ja hat gezählt bei mir auch lol geiler bug passt dann machen wir das jetzt immer so geiler bug man ist das ein bug meinste ne ich glaube das gehört so das konnte man früher auch so machen die hätten es schon ausgebaut wenn es nicht gehen sollte so dann da war eine dann schauen wir mal da drüben rein wir sind meistens immer da irgendwo bei die feuer halt wo die herumstehen ja ich sehe auch schon eine da ist eine ich sehe eine ja gut dann gehen wir rein da komm jawohl okay ganz locker jetzt ja man ich freue mich schon auf die erste instanz das wird so geil so und so runter und mach einfach mach einfach machen wir mit so sollte man dann ist er ist doch fertig man ist ja wurscht zählt ja 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 so und dann schauen wir noch herum ja ich sehe schon eine drogen gibt es auch einen drin dann haben wir den jetzt noch weg hier ich bin zu einem starken schlag zum glück ausgewichen boah die dreckse hat mir umgehauen boah warten wenn ich dann wow meine restlichen fähigkeiten alle bekommen wir dann geht es viel mehr ab dann mache ich viel mehr damage dann bin ich viel besser so machen wir die zwei noch um ne würde ich sagen ja machen wir die links zuerst und dass alle kommen ok kommen nicht alle passt dann kommt her ihr schweine jawohl bam gerotzt und dann holen wir uns die truhe wieder gemeinsam stellen wir einen drück geht nicht jetzt geht es jetzt geht es bei mir nicht doch doch so hinten ist noch eine schau ah ja boah wir sind schon bei 27 minuten alter 28 ach du scheiße ich merke die zeit einfach nicht die vergeht so schnell hinterher ich merke sie auch nicht gut warten wir die kiste noch und dann machen wir hier einen kleinen cut ok na gut Leute jetzt hat es für mich nicht gezählt doch jetzt doch doch hat schon gut Leute dann machen wir einen kleinen cut und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal haut rein ja ich auch tschüss mh 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 mh